Oh, hallo. Gestatten, ich bin Lucy, eine Kopflaus. Seit ich aus dem Ei geschlüpft bin, wohne ich auf Mikas Kopf. Ich bin ein flügelloses Insekt und kann bis zu drei Millimeter gross werden. Da ich keine Flügel habe, kann ich auch nicht fliegen oder springen, wie oft behauptet wird. Mit meinen sechs kräftigen Beinen kann ich mich sehr gut an euren Haaren festhalten und daran entlangkrabbeln. Meine habe ständig Hunger. Am Tag brauche ich ungefähr vier bis sechs Mahlzeiten. Mit meinem Rüssel steche ich eure Kopfhaut an und sauge Blut. Mein Speichel kann einen Juckreiz verursachen und ist ein Hinweis, dass ich auf eurem Kopf wohne. Allerdings bemerkt ihr das frühestens nach drei Wochen. So habe ich einen guten Vorsprung, bevor ihr mich entdeckt. Das ist lange her. Meine Mutter hat mich vor circa drei Wochen als Ei gelegt und mein Ei mit einem nicht wasserlöslichen Klebstoff dicht am Haaransatz angeklebt. Nach circa sieben bis zehn Tagen bin ich aus dem Ei geschlüpft und habe sofort begonnen, Blut zu saugen, damit ich wachsen konnte. Schon zehn Tage, nachdem ich aus dem Ei geschlüpft bin, war ich erwachsen und konnte als Weibchen selber Eier ablegen. In meinem Leben kann ich bis zu 150 Eier an eure Haare kleben. Am liebsten halte ich mich im Nacken, Ohr oder Stirnbereich auf. Dort ist es meistens konstant warm. Ideale Bedingungen für mich. Außerdem bin ich extrem lichtscheu und versuche mich immer im Dunkeln zu verstecken. Hinzu kommt, dass ich sehr schnell krabbeln kann. Deswegen könnt ihr mich im trockenen Haar so schwer finden. Außer ihr trickst mich aus und massiert Pflegespülung in eure nassen Haare. Das verklebt meine Beine und ich kann nicht mehr schnell davon krabbeln, wenn ihr eure Haare mit einem Läusekamm kämmt. Sobald ich erwachsen bin, krabbele ich überall auf euren Köpfen herum und besuche gerne auch andere Leute. Dafür reicht es mir aus, wenn sich eure Haare circa 30 Sekunden berühren und schon kann ich auf Wanderschaft gehen. Riechen kann ich auch nicht gut. Ob eure Haare frisch gewaschen sind und gut duften, interessiert mich überhaupt nicht. Auf welchen Kopf ich krabble, ist purer Zufall und hat nichts mit Hygiene zu tun. Wenn ihr duscht oder badet, stört mich das gar nicht. Ich schliesse in dieser Zeit einfach meine Atemlöcher wie Kippfenster. So kann mir nichts passieren. Freiwillig würde ich niemals euren Kopf verlassen und mich irgendwo anders verstecken, zum Beispiel in eurer Mütze. Ich habe ja ständig Hunger und sauge euer Blut. Wenn ihr mich doch mal auf einem Kopfkissen oder Stofftier findet, bin ich bestimmt schon sehr alt und viel zu schwach, um auf eure Köpfe zurückzukrabbeln. Früher dachten die Leute, wir können das. Aber das stimmt nicht. Eigentlich leben wir schon seit Menschengedenken zusammen. Selbst auf über 2000 Jahre alten Mumien hat man uns schon gefunden. So, ich habe Hunger. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Freue mich, euch persönlich kennenzulernen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.